Der VfB Stuttgart hat soeben die Verpflichtung von Ermedin Demirovic vom FC Augsburg bekannt gegeben und in diesem Video analysiere ich den Transfer, inwiefern der Spieler in den Spielstil des VfB unter Trainer Hoeneß passt. Rein finanziell lehnt man sich für VfB-Verhältnisse mit einer Ablöse von 21 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen von bis zu 5 Millionen natürlich schon ein bisschen aus dem Fenster. Dennoch ist das im Verhältnis zu seinem Marktwert, der mittlerweile 28 Millionen beträgt, schon noch angemessen beziehungsweise sogar eher ein Schnäppchen, da man hier einen Spieler im besten Fußballeralter bekommt mit 26 Jahren, der gerade auf seinem absoluten Formhoch ist. Der Marktwert ist natürlich zuletzt auch rasant gestiegen aufgrund seiner starken Leistungen bei Augsburg und die gilt es jetzt natürlich für den VfB und für Demirovic aufrecht zu erhalten. Und ob das gelingen kann, schauen wir uns jetzt mal genauer an, anhand seines Spielerprofils. Zu seinen Stärken zählt auf jeden Fall die Arbeit gegen den Ball, sowohl im tiefen Verteidigen als auch im hohen Pressing, was er vor allem in der letzten Saison bei Augsburg unter Torrup gezeigt hat, bietet er seinem Team einen großen Mehrwert. Der Fokus sollte jetzt aber darauf liegen, was er mit Ball liefert, denn der VfB ist mittlerweile wieder eine Ballbesitzmannschaft seit Hoeneß übernommen hat, auch wenn es hilfreich ist, dass Demirovic, der auf jeden Fall helfen kann, den Ball so schnell wie möglich zurückzuerobern, muss er natürlich auch mit dem Ball am Fuß etwas anzufangen zu wissen. Das hat man zuletzt auch an den Stürmern gesehen, die beim VfB gespielt haben mit Undaf und Girasi, die da auf jeden Fall beide ihre Stärken drin hatten. Ist das bei Demirovic der Fall? Jein, ich würde sagen in manchen Bereichen, in manchen nicht. Er liefert dir im eigenen und im mittleren Spielfelddrittel keinen allzu großen Mehrwert im Spiel mit Ball, da er technisch häufig ein bisschen unsauber ist. Ich sehe ihn auch nicht unbedingt als Zielspieler, der zum Beispiel lange Bälle festmachen kann, wenn es das auch nicht allzu oft gibt beim VfB, aber zumindest die Fähigkeit ist ja schon ganz wichtig und das hat man bei Girasi ja auch des Öfteren gesehen. Aber schon mal vorneweg, alles was ich jetzt hier kritisiere, was er bei Augsburg nicht unbedingt gezeigt hat, muss nicht ausschließen, dass er das nicht noch beim VfB entwickeln kann oder doch einfach zeigen kann, denn das haben wir jetzt schon bei mehreren Spielern gesehen, die dann beim VfB in der letzten Saison aufgeblüht sind, wo man es nicht unbedingt so erwartet hätte. Aber interessanterweise und trotz dessen, dass er im Passspiel nicht der sauberste ist, keine gute Passquote hat, häufig auch eher den riskanten Pass sucht und deshalb nicht allzu viele Pässe an den Mann bringt, ist er im letzten Drittel und auch auf engen Räumen überraschend stark, findet er häufig den Mitspieler und hat dementsprechend auch relativ viele Vorlagen für einen Stürmer aufzuweisen. Immer wenn er genug Spielzeit erhalten hat und mehr oder weniger Stammspieler war, hat er dir mindestens vier Torvorlagen pro Saison garantiert, rein was die Chancenqualität betrifft, also mindestens vier erwartete Vorlagen, wenn deine anderen Mitspieler dann dementsprechend auch noch einen guten Abschluss haben, können daraus dann auch gut und gerne mal neun Vorlagen werden, wie es eben in der letzten Saison bei Augsburg der Fall war. Gerade mit einem Undaf könnte das auf jeden Fall extrem gut harmonieren. Bezüglich der eigenen Abschlussqualitäten, was ja schon ein sehr wichtiges Kriterium in dem Fall ist, hat er sich auf jeden Fall in den letzten Jahren gebessert. Zu Beginn seiner Karriere hat er häufig seinen Expected Goals wert underperformed, hat also etwas weniger Tore erzielt, wie es anhand der Qualität der Chancen, die er hatte, zu erwarten war. Vor allem bei seiner Zeit in Freiburg und auch in der zweiten Saison dort wurde das deutlich, hat er einige Chancen liegen lassen, auch im Pokalfinale hätte er mindestens einmal treffen müssen. In seiner ersten Freiburg-Saison hingegen sehen die Zahlen mit fünf Toren und sechs Vorlagen noch relativ gut aus. Allerdings sind die Scorer fast nur auf eine Phase über fünf Spiele oder so zurückzuführen und da hatte er auch extremes Glück, wo ihm der Ball zum Beispiel an das Schienbein springt, er den gar nicht richtig trifft und trotzdem hat er in der Saison seinen Expected Goals wert leicht underperformed. Okay, ihr merkt schon, ich werde ziemlich negativ, wenn ich über Demirovic Zeit bei Freiburg rede, da ich natürlich Freiburg-Fan bin, aber das soll mich jetzt nicht davon abhalten, zu einem richtigen Urteil zu kommen, denn er hat sich auf jeden Fall verbessert. Das sieht man, wenn man auf seine Zeit in Augsburg blickt, da hat er sich einfach nochmal weiterentwickelt. Auch mit dem Alter wurde das auf jeden Fall besser. Ich glaube, er hat auch einfach seinen Abschluss weiterentwickelt. Ist er jetzt etwas eiskalter, vor allem in der letzten Saison, erstmals seinen Expected Goals wert overperformed. Ob das nachhaltig ist, wird sich auf jeden Fall zeigen, aber auch ansonsten hat er ja in den Jahren zuvor seinen Expected Goals wert nie krass underperformed, immer nur leicht. Daher sehe ich da auf jeden Fall einen Spieler, der seine Chancen verwerten wird, hin und wieder aber auch mal eine Großchance vergeben wird. Was aber auffällt, ist, dass er sich immer mehr in bessere Schusspositionen bringt, dementsprechend auch einen höheren Expected Goals wert hat, bessere Chancen, mehr Tore und genau das erwarte ich mir auch beim VfB. Da ist die Spielweise einfach nochmal deutlich offensiver. Es wird mehr Mitball gemacht, mehr Chancen kreiert und dementsprechend muss er sich auch in die Abschlusspositionen bringen, um dann auch seine Tore für den VfB zu erzielen. Er wird dort höchstwahrscheinlich als Ersatz für den abgehenden Girasie eingeplant, dementsprechend im Sturmzentrum zum Einsatz kommen, hat bei Augsburg ja in seiner ersten Saison dort noch häufiger über den linken Flügel gespielt, auch als Stürmer, ist da relativ flexibel. Aber gerade in der vergangenen Saison, seit Torrup dort als Trainer übernommen hat, kam er eigentlich immer als linker Stürmer in einem Doppelsturm zum Einsatz, in der Raute, die sie dort spielen. Und genau das erwarte ich auch beim VfB, also einen Doppelsturm aus Demirovic und dann eben ein Voltemate, kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen von den Fähigkeiten. Aber natürlich wäre das ideale Szenario mit Dennis Undaf, wenn man den fest verpflichten kann, da sich die beiden auf jeden Fall relativ gut ergänzen würden. Wenn wir jetzt Demirovic nochmal kurz mit Girasie vergleichen, so fällt natürlich auf, dass Girasie in den meisten Statistiken deutlich besser ist, ist aber auch kein Wunder, da er in einem Team gespielt hat, das letzte Saison einfach deutlich besser wie Augsburg war. Dennoch ähneln sich die Fähigkeiten und dementsprechend auch das Spielerprofil, auch wenn ich letztendlich schon noch sagen würde, dass Girasie auf jeden Fall der bessere Spieler ist, unabhängig dessen, wie ein Spieler vom jeweiligen Team eingesetzt wird. Sie sind tatsächlich ähnlich schnell bzw. nicht wirklich schnell mit 32,97 kmh bei Demirovic und 33,15 kmh bei Girasie. Dennoch würde ich sagen, dass Demirovic im Konterspiel vielleicht sogar nochmal einen Tick besser ist, ist das natürlich auch eher gewohnt von seinen bisherigen Stationen bzw. vor allem bei Augsburg. Und da hat er mir auf jeden Fall schon auch gefallen, ist generell ein recht weitläufiger Spieler, war in der vergangenen Bundesliga-Saison unter den Mittelstürmern Platz 2, was intensive Läufe angeht, hinter Kleindienst und auch bei der zurückgelegten Distanz Platz 2 hinter Kleindienst. Ich glaube, gegen den Ball hat man mit Demirovic nochmal einen besseren Spieler bekommen im Vergleich zu Girasie, aber man verliert da natürlich schon deutlich an Qualität, einmal was die Abschlussqualität angeht, dann auch nochmal das Physische. Ja, Demirovic hat auf jeden Fall eine ordentliche Wucht, die er mitbringt, aber er weiß die gerade bei hohen Bällen nicht ganz so gut einzusetzen, also da sehe ich Girasie schon nochmal vorne, was Kopfbälle angeht, das Bälle festmachen angeht und auch technisch mit Ball am Fuß war Girasie auf jeden Fall deutlich wichtiger für das VfB-Spiel, wenngleich ich Demirovic im letzten Drittel mit seinem kreativen Passspiel nochmal vorne sehe. Abschließend bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich Demirovic beim VfB machen wird. Er hat sich auf jeden Fall in der Bundesliga mittlerweile bewiesen und auch etabliert. Inwiefern er das jetzt auf den VfB übertragen kann, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich persönlich habe schon noch ein paar Bedenken, inwiefern das klappen kann, denn Demirovic war ja jetzt schon in einem Team, dass er gegen den Ball gearbeitet hat, beziehungsweise seine ganze Karriere bis hierhin. Inwiefern er einer Ballbesitzmannschaft helfen kann, wird sich auf jeden Fall zeigen. Die gezahlte Ablösesumme birgt auch ein gewisses Risiko, da sie extrem hoch ist für Verhältnisse des VfB und man mit Girasie höchstwahrscheinlich weniger einnehmen wird, obwohl er im Endeffekt wahrscheinlich der bessere Spieler war. Wird man letztendlich sehen, wie es sich entwickelt, sowohl Girasie beim BVB, wenn er dann dahin wechselt, als auch Demirovic beim VfB. Jetzt würde mich aber auch noch eure Meinung interessieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ist Demirovic zum VfB ein guter Transfer und was glaubt ihr, wie viele Tore er in seiner Debütsaison erzielen kann? Falls euch diese Analyse gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!